Wo gehts jetzt? Oh ich dachte schon Spielstürzer Geh, 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 Geh. Genau, für den sollte ich ja immer noch diese anderen Sachen klauen. Oben, meine ich, waren auch zwei Typen vom Eisenthron, die einen bedrohen. Können wir einen Moment deiner Zeit haben? Oh, shit. Okay, was passiert, wenn ich die umhau? Wirklich? Der Flaming Fist! Ich serve den Flaming Fist! Finde ich nötig Rufpunkte, oder? Versuchen wir es einfach mal. Können dann Neuge haben. Oh, ja. Ja. Ist zwar nicht schlecht. Ähm. Ich werde hören. Versuchen Sie, Gandon. Ja? Ah. Stimmt. Ich bin die Zauber wieder, alle neu. Ich serve den Flaming Fist! Nicht nur halt irgendwo... ...die reinlocken. Ich werde deine Toilette reinlocken. Es wird nicht mehr... Versuchen Sie, weiter zu halten. Du bist so irritiert. Okay, es hat nicht geklappt. Meine Aktionen sind deine. Was braucht ihr zuerst? Wie kann ich Resistanz sein? Peter, hm. Okay, das hat auch nicht geklappt. Okay, das hat auch nicht geklappt. Hm. Hm. Was ist das jetzt? Oh. Oh. Ich würde Personenbeschwören, Zaubern und was macht die denn? Feuerball. Natürlich. Ich bin einfach hier unten. Möchte ich machen mit die Typen hier. Was braucht ihr zuerst? Was braucht ihr zuerst? Ich werde deinen Toil machen. Ich werde versuchen, zu halten. Was braucht ihr zuerst? Was braucht ihr zuerst? Be direkt. Der hat schlimmer Hunde. Was braucht ihr zuerst? Be direkt. Der hat schlimmer Hunde. Der hat schlimmer Hunde. Ja. 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 Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich will... Das wird nicht so schnell sein. Du hast was zuerst. Achso. Ahja. Der Bug funktioniert nicht mehr. Dass man mit der 200 Waffe quasi dann... ...schön auf Entfernung angreifen kann. Was ist das jetzt? Das ist nicht mehr möglich. Das läuft irgendwie nicht so wie ich es geplant habe. Es wird besser ordentlich tun. Geliere frei. Sprich und be gone. Huhh... Was ist das? Hm. Again you disturb me. How do I be of assistance? It shall be easy. Again you disturb me. Ah, geht er das? Natürlich. Wie oft in der Kampfwaffe. Und ein Alp. So. Schaut ihm alle aus. Feinkampfwaffen. Und kaff den Hund an. Ach scheiße, der kann noch... äh, Feinkampfwaffe. Ah, ah, ah. Wie kann ich von Unterstützung sein? Ich werde höchst. Das wird nicht so schnell sein. Oh, ich werde dich vermissen. Die Todes! So. Und die Hunde sind weg! Ich bin tot. Diese Scheißhunde so viele Probleme machen, ne? Na ja, hat sich die Hunde einig? Sie sind weg von, dein ZDF. Möimi und Sch garantieren! Der Wien ist nicht weg, Ôi, das ist nicht weg. Sie sind weg mit weg, das ist nicht weg. Wenn eine Bedeutung her ist, würde ich immer noch einmal weg bei dir. Und die Mutter sind weg. Zeks, was ich nicht weg? Säge aus und weg. Ich danke dir. Sie sind weg, aber sie sind weg, Herr Hüft. Sie sind weg. Oh, noch einen Haltrank. Sehr gut. Haltränge kommen immer gebrauchen. Oh, ein Sperrplus 2. Schade, dass keiner mit Sperren umgehen kann. Wird mitgenommen. Oh, Schutz vor Blitzen. Nice. Sehr, sehr nice. Oder halte ich den schon? Ne, Schutz vor Frost. Oh, das ist geil. Damit könnte ich jetzt meinen Hauptchar oder sogar theoretisch Dorn komplett immun gegen Blitze machen. Eine gewisse Zeit. Und dann könnten die anderen alle Skulltrap auf ihn casten. Und damit die Gegner halt völlig platt machen. Also, außer meinem Hauptchar, der kann kein Skulltrap. Oh, Carlos hat hier noch gefunden. 5 Zauber, die werde ich noch nicht lernen Was? Ach scheiße, da ist ein... Oh nein Das ist keine Magierspruchrolle Also ich weiß, dass es den Zauber auf jeden Fall auch für Magier gibt Das ist eine Kletterspruchrolle Doof Oder? Den Zauber gab es auch für Magier Ich meine, ich ja Was war nicht für Trinkgier? Ach, ist ein Halter, ok Ist klar Wo gehen wir jetzt hin? Auch hier Genau Wo war das? Wo war uns raus? Wo war das hier? Sprich, hm Hm, beruf, beruf, niemals ein Karpisat, niemals ein Karpisat Niemals ein Karpisat Oh, ist ein Bruchholen, nehmen wir mit Woah Be direkt Ja Warte, warte, warte Gib das mal den richtigen Magier mehr? Ok Ja, das ist eine Kler gesprochen oh mal liebe schon plus 50% Nice Hm, wir können identifieren Oh, das schwächer natürlich Jetzt? Peter Wreckt. Try to keep up. Peter hmmm. Oh, Zauber. Oberon? Wer ist Oberon? Weg mit dir, Becker! Hm? Oh, shit. Try to keep up. Wer ist Oberon? Das sagt mir gar nix. Ah, doch. Das hier ist auch hier genau. Das hier ist der Ort. Be direkt. Wo ich die Sachen für den einen Liebter mit seinem Magier da klauen soll. You rang? You rang? Bring it on. You rang? Du kriegst erstmal Blindheit ab. Oh. Warte mal. Der kann ja Glitterdust casten. Glitterdust. Was ist das? Warte mal. Beim Hauptschall noch die Blindheit casten. Peter Wreckt. Das wird nicht mehr vorhanden. Ich werde listening. Try to keep up. Oh, da ist auch noch eine. Scheiße. Jetzt können die mit Fernkampflaffen, die erstmal schlimmste machen. Spend und bleib. So. Das ist schon weg. Ähm. Oh. Die Wächter haben die auch noch. Oh. Fetter Blitz. Oh. Scheiße. Äh. Oh. Oh. Also nicht nach vorne gehen. Erstmal hier schön stehen bleiben und die Fernkampflaffen die Platz machen. Und Bordem störe die Hallen. Oh. 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 Du sprachst mit mir. Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Du bist so irritiert. Ich lerne noch nicht. Ja. Ist okay. Was ist denn diese Zeit? Wie kann ich mit Unterstützung sein? Ja? Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Es ist besser gut. Sie schlafen. Sie sprachen. So. Jetzt brauche ich jemanden, der Winter casten kann. Geht doch. Warte mal. So. Kurz warten, damit ich wieder zaubern kann. Jetzt gehe ich da hin. Komm mal ganz schnell. Blindheit. Scheiße. Nichts. Unruh. Ok, dann brauche ich Spinnnetz. Oh shit. Das ist zu weit, jetzt werden meine eigenen Leute getroffen Scheiße Wie sucht das? Geht nicht, weil die Unschweiß, nein! Stop touching me! Shit, 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 was mach ich, was mach ich, was mach ich? Mach ich sie immer mit einem Blitzstrahl Ich werde jetzt hören, für jetzt Be direkt, es wird immer gut Ich weiß nicht, hier war es oben geblieben, weil die war im Spinnennetz, ich weiß nicht Jetzt Was ist es jetzt? Ja? Ja, sie ist tot Ja, sie ist tot Ja, sie ist tot Ich habe noch irgendeine Normalunsichtbarkeit Stopp touching me! Du bist so irritiert Warte mal Was ist es diese Zeit? So ist sie zu Alpen Oh, nicht geklappt Sprich und beginn Ja? Sprich und beginn Sprich und beginn Der ist sie Jetzt Wollt sie überkalt aufheben Hm.